Jesus nimmt die Sünder an. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37 Gibt es ein Beispiel davon, dass unser Herr einen Kommenden weggestoßen hat? Wenn es ein solches gibt, so möchten wir es wissen, aber es hat keines gegeben, und es wird nie eins geben. Unter den verlorenen Seelen in der Hölle ist keine, die sagen kann, ich ging zu Jesus, und er wies mich ab. Es ist nicht möglich, dass du oder ich der Erste sein könnte, dem Jesus sein Wort bräche. Lasst uns keinen so dunklen Verdacht hegen. Angenommen, wir gingen jetzt zu Jesus im Betreff der heutigen Übel, dessen können wir gewiss sein, er wird uns nicht das Gehör verweigern und wird uns nicht hinausstoßen. Diejenigen von uns, die oft dagewesen, und die, welche noch nie dahingegangen, lasst uns zusammengehen, und wir werden sehen, dass er die Tür seiner Gnade vor keinem von uns verschließen wird. Dieser nimmt die Sünde an, aber er weist keinen ab. Wir kommen in Schwachheit und Sünde zu ihm, mit zitterndem Glauben und wenig Kenntnis und geringer Hoffnung, aber er stößt uns nicht hinaus. Wir kommen im Gebet und dies Gebet ist ein Gebrochenes, mit Bekenntnis und dies Bekenntnis fehlerhaft, mit Lob und dies Lob viel zu gering für sein Verdienst, aber dennoch nimmt er uns an. Wir kommen krank, unrein, schwach und wertlos, aber er verstößt uns in keinerlei Weise. Lasst uns heute wiederum kommen zu ihm, der uns niemals hinausstößt.